Kinnendorf mit Packseite, direkt verbunden mit einem Chapeau. Hier auch, der Pack ganze. Chapeau halbe, nach oben. Mit der L-Griff, mit der L-Drehung. Oh, da ist er ganz an der Seite vom Bachen. Der Zuckerhader-Abgang hatte so ein bisschen Rücklage. Er musste ein bisschen bei der Landung kämpfen, aber hat sich schon gefreut. Der Wald ist ... ... ... ... ... ...